Jetzt bist du schon drauf. Soll ich denn sagen, wir fahren jetzt Fahrrad? Auf so einer komischen Insel. Ich zeig mal kurz. Cut Bar Island, wa? Wa. Cut Bar Island, wa? Cut Bar Island, wa. Und eigentlich muss man rechts fahren, links. Wir fahren jetzt ins Village und dann gibt es Happen Pappen. Und dann ist so relaxing angesagt und dann fahren wir wieder zurück. Was haben wir euch gemacht schon? Schwimmen waren wir schon. Und so? Auf Monkey Island. Und da waren wir ein paar Affenlingos ins Baden gegangen. Und dann... Mehr haben wir heute eigentlich noch gar nicht gemacht. Holten, faulen Säcke. Aber jetzt machen wir Sport. Danach können wir auch noch Hiking machen, aber das wollen wir nicht. Nein, ich möchte nicht. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Bis morgen. Tschüss. Gui. Vielen Dank.